Ashley Darby bestätigt ihre Scheidung von Michael. Nach zwei Jahren räumlicher Trennung gehen die beiden nun endgültig getrennte Wege. In einem Statement an The Daily Dish äußert sie sich erstmals dazu. Die Unterzeichnung der Scheidungspapiere ist bitter süß, schreibt der Reality-Star. Eine Ehe zu beenden, ist wie ein Haus zu verlassen, in dem man jahrelang Erinnerungen geschaffen hat. Obwohl sie die gemeinsamen Momente sehr wertschätzt, musste sie die Tür schließen und weiterziehen. Ashley und Michael haben zusammen zwei Kinder, Dean und Dylan. Wie Michael gegenüber TMZ verrät, wollen sie sich das Sorgerecht teilen. Die Trennung scheint einvernehmlich zu sein. Auch Ashley betont, Michael wird immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben. Sie empfindet eine besondere Art von Liebe für ihn, vor allem wegen ihrer Söhne. Gleichzeitig freut sie sich auf ihre Zukunft und fühlt sich inspiriert davon. Bereits im März verriet Ashley, dass sie sich neu verliebt hat. Details zu ihrem neuen Partner hält sie jedoch weitgehend zurück. Im Interview mit People erzählte sie, dass sie sich im Dezember letzten Jahres kennengelernt haben. Ich war auf einer Friendsgiving-Party und als er hereinkam, dachte ich, Heilige, erinnert sie sich. Ihr geheimnisvoller Partner ist erst 49 Jahre alt, deutlich jünger als Michael mit seinen 64 Jahren. Los Ich bin